Konnichiwa und heute wieder zu einer Folge FIFA 20 zusammen mit Fresh Fries immer noch Koop mäßig und wir sind immer noch ungeschlagen und wir brauchen nur noch einen Punkt zum Titel aufgestiegen sind wir mittlerweile ja also ab nächster Folge wenn wir hier den Titel holen definitiv in Division 3 oder Leak oder wie auch immer man das dann heißt genau ich dachte du machst kurze wenn ich beide schon anfliegen sehe und dann gehen sie auch noch so schön vorbeiguckt und beide wohl gemerkt oh der Gegner ist weg wir sind aufgestiegen kann man machen hängen wir dran oder ja hängen wir dran also hängen wir dran erlaubt mich ein Junge habe ich schon da kommt noch nichts Division 3 Division 3 das ist das ist auch mal schön ne also läuft bei uns ich mach da morgens die Ankündigung ja wenn wir gewinnen wenn wir noch einen Punkt machen hey haben wir Meisterschaft ab nächster Folge dann und hast du nicht gesehen und hey instant wie kann man bitte noch so was quitten ich hab keine Ahnung ich verstehe es nicht besonders beide so früh am Anfang weißt du kompletter Bullshit vielleicht muss nur einer quitten aber trotzdem das ist kompletter Bullshit vielleicht haben wir gegen die auch schon gespielt und die wussten wir haben keine Chance wir haben aber gegen die Mannschaft noch nie gespielt doch gegen Real hatten wir heute schon gegen Real hatten wir heute schon ja trotzdem ich kann nicht nach dem 1-0 in 5 Minuten im Game wenn du nicht mal weißt wie der Gegner wirklich effektiv spielt ja das Geräusch im Hintergrund äh Grund fresh löffelt irgendwas Creme Brûlée so verbrannte Creme der feine Herr bin ich hier der feine Herr ja gibt's bei ID momentan immer wenn's nicht kochen kannst kannst du alles Creme Brûlée nehmen ja Madrid also ich darf auch ne Seltenheit dass ich den Anschluss machen darf das sind andere als gerade ja äh wär auch komisch wenn nicht wir sind da ja doch ne Liga aufgestanden ja theoretisch aber praktisch spielt man noch gegen unsere Liegende noch glaube ich besonders auf dem PC wo nicht so ultra viele spielen ja klar ja ja war sehr gut der Pass läuft bei mir ja Liga 1 ist unser Ziel oder ja der Titel in Liga 1 oder nicht ja so wird's auf jeden Fall erstmal ne gelbe Karte ja gelb geht ja noch und der Schiri brûlch noch mal ein bisschen äh hier wie heißt das Zeug Alpecin ach so Doping für die Haare und nur für die Haare na ja da hat so ne Halbklatzen ja gut ich darf nicht reden aber ich ich hab volles Haar ja schießt doch eh vorbei tu nicht so lange rum ich hab rausgefunden dass man mit vierkundkreis den Torwart aufstellen können guck mal wie ich das hier mal sehe ich nicht mehr jetzt hat es gefunden da war ja noch vorbei war es vielleicht nicht aber der war wirklich nicht schlecht man hat auch kein Torne ja genau aber Vorteile ist weg ne ja weil du geschossen hast hättest du mit Flanke probiert den reinzumachen dann wär ok ah ok einfach bisschen kreisgespampt was schon 1-0 ich sag nix ich frag mich ab und zu spielen den Modus wirklich nur Leute die irgendwie so ja ich bin allein scheiße aber zu zweit könnten wir sowas schon wuppen kann man mal machen ich glaub der hat das nur gemacht weil ich als Sweater in der Mitte schon rumgelaufen bin ja ich wollte auch in die Mitte legen ja komm mal rein weiß ich nicht ob der reingeht ja doch er sieht's nicht ich dachte er sieht's aber ich hab eigentlich schon vorher gedrückt gehabt aber der hat trotzdem weit nach rechts geguckt deswegen wusste ich nicht ja ich finde aber nicht schon mal schlechter ne ich finde aber dass du das wieder rausnehmen sollen das mitm gucken ja theoretisch weil das ist eigentlich ups Entschuldigung zu einfach macht die die Elfmeter zu halten ja aber wie gesagt wenn man vorher schon drückt dann eigentlich ja nicht also dann in den seltensten zumindest nicht mit meinen Spielern sagen wir es so ja hier ist ein bisschen viel platz ne ach schade wohl nicht genug ach ja im übrigen ein kleiner Trick wenn du zweimal passen oder zweimal Stallpass drückst dann macht er so einen kleinen Hüpfer der Ball ok du kannst über eine Grätsche hinüber spielen also nur über die Grätsche den Hüpfer macht er auch wenn du zweimal den rechten Stick drückst ok ne 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 ich mein nicht den Spieler sondern den Ball ja ja ich mein auch den Ball also das weiß ich nicht Warte jetzt zeig ich dir gleich wenn ich den Ball mal habe falls ich ihn nochmal kriege vorm Anstoß wahrscheinlich dort ist immer noch nicht die ball der kann es nicht dass sie schlecht dafür das was ich meine das kann jeder das so ich mein das ist immer noch ein pass also der passt ihm wie es dir nur mit einem hüpfer drin dass er halt nicht abgegrätscht werden kann ja abseits das war also die anmerkung die man machen wollte zu spät spät abseits vielleicht nicht unten gehen 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 ja schade anschluss treffer kommen in den verteidigung haben die ein weniger jetzt immer auf haben wir ein bisschen die tutorial sektion durch wenn ich den pass überbringt alles offen wie ein scheuen tor ja genau als ob der ist am abseits oder ja gerade so aber glaube ich bei neidung gelb da kommen ich bin immer gerade die mini ticken zu spät mit dem pass ich bin immer gerade dem mini ticken zu spät mit dem pass der wo ich kurz gleich ja wie auch gefühl gerade nur auf der nase schade mal zu viel rückenlage als das ich habe es jetzt echt gerade nicht mit dem person tut mir leid ich werde mal ein paar sichere eine option was ich wieder da muss ich den unsicheren spiel ist tut mir leid dann ist gut danke für die ansage weil sonst wäre ich noch zwei meter gelaufen ich wollte sogar dass du direkt vielleicht war das noch schiefgegangen wobei dann halt nicht ins lange eck sondern ins kurze funktioniert eigentlich die grätsche hat mir reingespielt weil die einfach viel zu kurz war hoch und weit bringt sicherheit oder wie halbzeit 3 1 führung ist okay im ersten spiel der dritten liga passt gegner noch nicht gequittet auch nicht schlecht ja die müssen uns erst mal in der liga kennenlernen und die haben ja schon vorgeschossen also könnten die nicht mehr so schnell bei denen keimt die hoffnung noch und zerstören wir mal diese hoffnung oder ja ich bin seit vorgestern auf schießen kam wieder auf den schlechten fuß keine ahnung wohin der kam wo ist unsere abwehr frage mich auch gerade schöner pass ah der ort den einfach mal wenn er da direkt auf schießen ist rückpass eigentlich hätte man einfach nur reingrätschen müssen in den vorwart ich habe ich schuss und machte fast selber hätte ich auch gelb für hasard noch wieder weg ja wir perfektionieren wir das jetzt hier ja nema nema gegner quittet zwei gegner in einer folge gequittet ja ok wenn es euch gefallen hat gebt einen daumen nach oben schreibt uns was in die kommentare hier sind noch mal videos für euch schaut auch beim guten fresh vorbei wir sagen tschüss bis zum nächsten mal ciao 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 ciao